Warum so eine ADAC Young Driver Mitgliedschaft ziemlich genial ist? Stell dir vor, du bist mit dem Rad in der Stadt unterwegs zum Shoppen. Plötzlich sind da Glasscherben auf der Straße und zack, dein Fahrrad hat einen Platten. Dann hilft dir der ADAC und macht dich wie der Stadt klar. Und wenn vor Ort nie kapariert werden kann, bringt der ADAC dein Rad in die nächste geeignete Werkstatt. Echt cool, die neue Fahrradfahrnhilfe. Der ADAC ist für dich da. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020